Also wir sind Fröhlich und Lessig. Hallo, Lessig, Fröhlich, Leon, Nick. Nick will heute einen Marathon mit Skischuhen laufen. Ja, ich bin halt irgendwie so ein bisschen sadistisch veranlagt, dass ich es mir immer unnötig schwer mache, weil ich sage, wenn man was mit Handicap schafft, dann schafft man es auch ohne. Du bist doch der einzige Mensch der ganzen Welt, der bei sowas nicht sagt, bist du bekloppt, sondern das ist eine ganz geile Idee. Start. Marathon würdest du wahrscheinlich schaffen, du bist ein guter Läufer, oder? Ich bin ein guter Läufer, ich habe Sport studiert, immer Sport gemacht und bei den letzten Urlaubsbildern habe ich gedacht, ich bin eigentlich better in shape, als ich selber gedacht habe. Kein Marathonläufer läuft die volle Distanz direkt im Training. Das ist das erste Mal, keine Ahnung, was passiert. Das Ziel ist, 10 Kilometer soll Nick in Skischuhen laufen und wenn das klappt, dann melden wir dich beim Marathon an mit Skischuhen. Mal gucken, was passiert, ich bin vorbereitet. Perfekt. Und Nick? Nick macht die wirkliche Vorbereitung. 2, 3, 2, 1, los! Herrlich, dieses leichte Knirschen von den Skischuhen. Ich fühle mich wie bei der Tour de France, ey. Immer schön aufrecht laufen, Brust raus. Nick, du spürst das vielleicht jetzt noch nicht, ja? Aber ich bin vorbereitet. Ich habe ein paar Gadgets für dich dabei. Ja? Die ersten 200 Meter. Wie fühlt es sich an? Ähm, besser als ich dachte. Ich muss noch so einen Rhythmus rausfinden. Schwierig ist, dass man das Bein nicht ganz strecken kann. Aber hier geht es bergab. Richtung Ziel! Rechts! Rechts! Guck mal, so wird es für den Kollegen auch nicht langweilig. Hat doch heute was zu erzählen von der Arbeit. Was für Vollhonk-Typen bzw. einer. Achtung! Nicht überholt! Nick, vielleicht wäre das was gewesen. Ich hole ihn! Ich hole ihn! Mach dich nicht zu früh kaputt, Junge! Das war übermütig, muss ich zugeben. Merkst du es, Chef, du leckst den Muskel durch den Sprint? Ja. Brauchst du was? Damit der Junge nicht unterzuckert und ein bisschen Vitaminchen bekommt, ja? Das ist ganz wichtig. Das muss hier schüttelt werden. Energieschub! Das ist nett. Dankeschön. Nehmen wir den Deckel? Das ist gut für dich. Vertrau mir, ich bin Arzt. Ich kenne einen Arzt. Idiot. Wie ist der Status? Schön süß. Also, dieser Rhythmus ist wirklich sehr ungewohnt. Du wisst ja alle, dass Skischuhe unten einfach gerade sind. Und dadurch fühle ich mich wie so ein Pferd beim Trab. Das macht die ganze Zeit so. Das Gute ist, dass du aussiehst wie ein Elefant. Ja, man kann halt nicht abrollen. Das ist schwierig. Ich bin auch noch am Tüfteln an der richtigen Skischuheinstellung. Willst du wissen, wie viel du gelaufen bist? Ja, gerne. Ich schätze 1 Kilometer. 1,2 Kilometer. Okay. Durchschnitts-Pace 14,2 kmh. Ach, echt? Ja. Wow. Krass. Natürlich war das eine dumme Idee, das ist mir auch bewusst. Aber, dass es jetzt doch so vorwärts geht, hätte ich nicht gedacht. Guck mal, hier ein bisschen im Schatten. Supergeil. Guck dir das an. Der einzige Alpfelbäume. Der, der wirklich Probleme hat und der es wirklich anstrengend hat, bin ich. Wie ist es denn für dich? Für mich ist es okay. Aber ich mache mir halt Sorgen. Go, Nick. Go, Nick. Go, Nick. Keine Idee. Wie beim echten Marathon. Kannst dich hier nicht beschweren, doch. Danke an alle meine Fans und Unterstützer. Und an meine Frau, die gesagt hat, du bist so dumm. Das macht es jetzt natürlich nicht einfacher, dass ein Traktor hinter mir herkommt. Schwierige Trainingsbedingungen. Auf welche Seite soll ich? Links oder rechts? Du darfst. Boah, ist das lang. Wir sind jetzt bei 2,5 Kilometern. Ich merke es in der Leiste ziemlich stark. Das ist einfach das Gewicht von den Schuhen. Und der Fuß drückt sehr. Kannst du kurz? Ich muss kurz hier oben lose machen. Hast du da oben festgezurrt? Ich hatte fest, ja. Damit ich mehr Stabilität habe. Halbhart ist am besten. Dad, das wird schießen. Sonic, gleich Kilometer 4. Das ist mehr, als ich jemals gedacht hätte. Wie geht's? Wie ist der Status? Du musst einfach mehr an mich glauben, wenn ich dir sage, ich mache das. Das ist eine geile Idee. Aber kurz im Ernst, ich merke auch so, jeder Schritt ist eine Herausforderung. Es ist einfach kein leichtes Laufen. Also willst du abbrechen? Nein, auf keinen Fall. Aber soll ich das mal abklären? Wir haben doch, ist der Basti nicht Physio? Oder Orthopäde? Was macht der? Mein Kumpel in München, oder was? Ja. Der ist Physio, ja. Aber es ist schön hier draußen. Kann man nicht anders sagen. Gleichzeitig ist es auch. Wir rufen an. Ja, hallo? Basti, gute Leon hier. Hey, Sie haben es Leon. Hi. Alles gut, was machst du? Oh ja, du, die Stars, bestes Wetter hier. Von daher, ein bisschen gut gehen lassen auch. Wir laufen gerade einen Marathon mit Skischuhen. Ich, ich laufe den. Der Leon fährt gemütlich mit dem Fahrrad. Also Nick läuft einen Marathon in Skischuhen. Ja. Also erst mal, liegt der noch was an den Skischuhen oder hast du alte gefunden? Hä? Nee, das sind meine normalen. Mit denen wollte ich im Januar ins Zillertal. Wieso? Ganz klar. Die, die, die Sohle oder was? Ja, natürlich. Nutzen sich ja komplett ab. Wo hat er überall Schmerzen? Leiste und am Schienbein und die Zehen sind wohl leicht taub. Ja, ja, ja. Alles, alles gar kein Wunder. Und ich möchte morgen früh auch wirklich nicht sein Hüftbeuger sein. Oder unterer Rücken. Und dein Hüftbeuger wird sich ja maximal verkürzen und irgendwann wird er eine Schonhaltung einnehmen und dann fährt es ihm irgendwann in den unteren Rücken, würde ich mal sagen. Würdest du sagen, er kann weitermachen oder sollen wir abbrechen? Also vor dem Hintergrund, würde ich mir das schon nochmal gut überlegen, ehrlich gesagt, ob ich das durchziehen will, weil da hat er wirklich möglicherweise in ein paar Wochen was von. Scheiße. Okay, du hast uns sehr geholfen. Okay, Freunde. Ich, äh, es tut weh. Ich habe auch Steine in den Skischuhen, die hier so hochgespratzt sind. Die Hüfte ist richtig schlimm. Das linke Knie ist jetzt auch dazugekommen. Aber Kondition geht noch. Du bist jetzt nicht so am Pumpen. Nee, es ist nicht dieses Kaputtsein vom Joggen, sondern es ist einfach, es ist mehr wie so ein Kraftausdauertraining, wenn man immer wieder diesen Fuß hochhält. hochhält, was ist das denn? Guck mal, wir laufen die ganze Zeit schon in der Sonne ein bisschen Schatten, oder? Das ist so ein Spinner. Das ist schon ein bisschen angenehmer. Das ist wirklich der... In den Skischuhen. In den Skischuhen. In den Skischuhen. Lass nur einen Kumpel auf dem Fahrrad nebenher fahren. in den Skischuhen kann. Was ist das? Guck mal, wir sind am Auto. Wir sind wieder, du bist zurück. Soll ich gucken, warte mal, wie weit haben wir? 7,83 Kilometer. Wir sind nicht ganz bei 10. Willst du noch mal eine Runde laufen? Ich habe gar keinen Fall. Sicher. Wie viel? 7,83. Noch zwei Kilometer. Zwei Kilometer. Und dann hättest du es geschafft. Und von da sind es ja nicht mehr weit bis zum Marathon. Ich muss raus aus den Dingern. Es geht. Zufrieden? Ja, schon. Du? Es ist viel mehr als gerade. Ich dachte, wenn wir mal drei Kilometer, dann ist Schluss. Die spannende Frage, das, was Basti vorhin angeteasert hatte, wie geht es dir am Tag danach? Falls euch das auch interessiert, liebe Leute, abonniert den Kanal. Wir werden dazu ein Video machen. Ja, das müssen wir machen. Das könnt ihr natürlich dann hier euch anschauen. Wir werden es verlinken. Wir könnten im Podcast drüber reden. Wir könnten auch gucken, je nachdem, wie es dir geht, ob du nicht doch die 25 Kilometer noch machst. 24, 20? 42. Ja, das ist ein Halbmarathon wäre? Halbmarathon wäre dann 21. Guck mal, überleg mal. Das wäre knapp das Doppelte. Ich sage dir ehrlich, es ist nicht unmöglich. Da geht noch was, Leute. Solltet ihr nicht verpassen. Danke für die Unterstützung, Bro.